das freut mich sehr Wien also irgendwie Nahrung ist ein bisschen doof links geht es so langsam brauche ich auch mal wieder in die Wahl auch kommen uns zu essen wieder bei also ich hab nichts gefunden ich hab einen Saft gefunden einen einzigen was so, vielleicht rennt man nicht ohne Waffe rum? Oh! Chocolatbar! Wer schießt? Ruki Weiß nicht Deswegen hab ich ja auch ich geschrieben Ich dachte, ich schießt halt mal ein bisschen Ja, damit alle wacher werden Ja Yeah Komm her, Kuh Oh, die läuft mir so schnell hab ich keine Lust, ich muss da hinterher dran Wie alle rumschießt Einer dreht da gleich voll durch Oh, was hat der denn hübsches Fein gelassen? Ah ja Ich hab mir ruhig Platz mal Ist ja echt krass, könnten wir mal wieder eine Kiste machen Sehr gut Kannst mir leisten Ja genau, Kisten wäre eigentlich ganz schlau wenn wir das so langsam Hat wer eine Säge Ich guck Nein Oh Sieht nicht so aus Wieder alles von vorne Oder die Erinnerung kommt hoch Ja Ich hab eine Kettensäge Oh, ich hab eine Säge Haha Haben wir doch drüber geredet gehabt, dass du eine hast in einer der letzten Folgen Ja, das ist schön Das ist mir zu lange her Hustensirup Hier waren einige Leute scheinbar immer sehr krank Hallo Juli Diese Augen habe ich nur, wenn ich dich sehe Oh Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Ich bevorzuge die Herzchen Komm Ähm Schwarzer Rauch Da ist ein Zombie Schalalala Da liegen Chips Ne, in Energy Bar Brauchst du was zu trinken? Ähm Also ich hab jetzt noch 44% Oh Kleber Es geht in Flamen dann auch Natürlich muss wieder einer Kleber schreien War ja klar Ja hier warte, hier ist auch einer warte Hier Ja, ich hab einen Nein, ich hab einen einen gefunden Hat die Klappe behalten Kleber für dich Du wolltest doch unbedingt die Nachtsicht haben Warte Okay, guck dann nicht Ich glaub hier war ich schon So, wollen wir weiter? Nächster Start, seid ihr durch? Ja, können Ich hab hier aber noch was Nein, ein bisschen Space Nein Was schmeiß ich weg? Ich könnte Äh Möchte einer die Crossbow haben Ich hab nur noch zwei Pfeile Ach, ich hab noch zwei Pfeile Du hast ne Crossbow? Ich kämpfe nur noch mit dem Messer Ja Irgendwie läuft er in die falsche Richtung Ich hab ne Crossbow Und vor allem Wie viele Fangläser man hier auch bekommt Wie konnte man nochmal Sachen um... ach so, okay Also ich brauche jetzt ein Vierer frei, ob ich das hinkrieg ist, äh... die Frage Okay, vielleicht hast du weniger Platz als... auch mehr Platz zugebaut als ich So wollen wir dann alle wieder Richtung Taxi gehen? Bin grad dabei, äh, hier Juli, ich hab vor dir, äh, da was zu trinken Pfiuh, durch schwarzen Rauch durch, yeah Du hast mir was zu trinken hier hingelegt? Jo Wo? Ach, ne Porto Cola, okay, ähm... Uh Das mag jetzt einige überraschen Ja Aber ich hab keinen Platz Darum muss ich was wegschmeißen Und was ist da passiert? Sie will keine Cola Hast du kein Wasser oder so? Nein, ich trinke die Cola jetzt Oh, nice Was schmelzt hier die gute Cola? Da hängt da so ein Zombie voraus Hey, Enno Hey Und lässt natürlich sie überfallen Bis jetzt hab ich nur Enno gesehen, seitdem ich hier in dieser Stadt bin Vielleicht bin ja in beiden nur ich hier Oh Wie? Ne Kuh Schönes an Kuh Läuft jetzt weg? Ne, die läuft nicht weg Ah, ich hab hier noch ne... Oh, ich hatte noch ne... Warte Was sagt die Muni? 13 von 13 Ich muss unbedingt Sachen loswerden, Leute Das heißt, wir müssen uns langsam mal ne Basis bauen Was ich nicht tun kann, weil hab ich keinen Platz im Inventar Ironie des Schicksals Hi Bro Oh Der hat aber ein langes Leben Wer hat da eigentlich diese Rauchgranate hingeworfen? Oh, ich hab hier ne Peacemaker im Peacemaker Magazin leeres, also braucht ihr das nicht Okay Ich bin für... Enno, pass auf! Voll, voll Kann ich nicht überfahren Ach, du nimmst dein... Okay Wollen wir weiter? Ein... ...Place... ...for... ...the... ...Boeing finden? Nein! Warte! Ja, das war was ich... ...ähm... ...thinking about ...about to do Englisch ist perfekt I know, Bro, I know Warte! Warte! War doch eigentlich an mir vorbei! So, kann weitergehen Müsst du meinen Katana nicht durchs Dach gucken? Das blöde ist, gerade Autos sind immer sehr versetzt Irgendwie steige ich immer viel, viel weiter hinten aus, als ich eigentlich bei mir gerade stand Aber nur bei Autos, irgendwie Ich würd mir... Ich mach mir wirklich Sorgen Und den Wagen Wieso? Weil du das irgendwie so mit Laternen... ...ein Slalom hast Und Charlie zwischendurch auch mal versucht mitzunehmen Okay, ihr fahrt dann in eurem eigenen Wagen Das ist schön Okay, wohin wollen wir denn jetzt fahren? Corby fehlt doch noch Wir brauchen... Achso, das kann ich nicht sehen Ja, das ist sicher Ich hab ne gute Idee, wo wollen wir hin? Wir wollten einen Platz zum Bauen finden Genau, aber wohin wollen wir dafür? Ähm... Wollten wir nicht zwischen Militärbasis und Stadt bauen? Kann man machen, ja Theoretisch war das euer Plan? Corby kannst du jetzt sagen? Äh, Endo, ich muss ständig bremsen Nein? Nein, ich mein Endo, ich fahr die ganze Zeit hinterher und er bremst so doll, das heißt ich muss ständig bremsen Also hier irgendwo... Also hier irgendwo... Wir sind aber nicht so schnell wie hier Ja Ich hoffe, wir finden irgendwas Grades, es ist hier sehr Hügellandschaft mäßig Genau, das ist das Blöde Oh, äh... Äh, ich weiß nicht, ob ich mit meinem Quad da hochkomme? Ah, ist egal, versuchen wir es Das ist doch ein Quad, gerade das Wegen kommt Was ist denn gerade wegen dem Quad? Ja, weil er wackelt so zusammenfangen Das ist sehr interessant hier Ja, ja Wieso? Ah, nein, ein Baum! Ja Ja Sehr eben, ja Ja, das sind wundervoll eben Sehr blöd Was findest du? Ich bin... Oh Charlie, du bist ihm doch nicht gut genug gefahren Wär ich aber auch Hallo? Ja Oh, ich rutsch nicht mehr rüber, das ist aber interessant Hier willst du bauen? Hier wollt ihr bauen? Das ist voll ungerade hier Ich wollte nicht mehr auf einem Hügel bauen, das habe ich beim letzten Mal eindeutig gesagt Können wir ja nicht woanders? Ja, okay, ich wollte mal umgucken Ja, aber irgendwie überall wo nicht Straße und nicht Stadt sind Hügel Habe das Gefühl Ja, äh, wir gucken noch mal auf die Map Halt nicht Äh, ein Stück weiter Beim Golfplatz sieht es sehr eben aus Um diesen kleinen See herum Haben wir einen Golfplatz zu Hause, ist doch krass Äh... Fahre ich in die richtige Richtung? Ja, okay Mal hin Wer fällt ein, aber... Richtige Richtung Okay Du fährst voll nie auf der Straße Ihr beschwert euch bei mir Ja Aus irgendeinem Grund bewegen wir uns auf der Karte gar nicht Soll das so sein? Ah, jetzt, okay Na, die ist sehr interaktiv, diese Karte War total falsch M, 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 M Du müsstest jetzt... Hättest du irgendwie geradeaus gemusst Du magst doch so gerne querfeldein Wow Genau Achtung, Zombie Geht's jetzt lang rechts oder... Geradeaus Geradeaus Okay Rechts ist noch mal ne Farm Da könnte man vielleicht sich Dachen holen Steht da hinten ein Auto oder ein Flugzeug? Ja, ja, guck, wir sind sehr gut dabei Mit der bin ich auch schon gefahren Oh, guck mal, da steht sogar noch ein Lagerfall, ein Altes Wie praktisch? Sag mal aus Oh Ach, ihr seid jetzt aus dem Farm gefahren Aufsteigen Soll ich von hier aus zu Fuß laufen, oder? Ja, ja Also ich hab keinen Platz im Inventar Ich kann auch weiterfahren, wenn du... Ich dachte, wir müssen... Die... Ein bisschen Wack Übrigens ich hab... Was ist... Du musst mal abgarten, was hast du zu ziehen willst Oh, Kleber Toll Da steht so eine Dose Ah, hier auch noch Ein wie man echt über eine Klebe füllen und nichts anderes Selbst wie wir die verarschen Klar Wow, war so krasser Luki Ich bin so froh, dass wir angehalten haben Mein, mein... Hopi, wollen wir Schach spielen? Ja, ne Warte, ich lass mich zu hier Hallo Okay Mit Ex- und Katara Was? Äh, irgendwie funktioniert Geht nicht so Äh, die Schachfiguren sind Ja, das kommt dazu Die Klotzhände sind nicht möglich Einfach, um die hier zu spielen Ach, schau mal da nicht Oh! Hier ist doch super Hier ist doch super Ganz zwar Die Fahnen extrem in der Nähe, aber hier ist doch wundervoll Voll eben, eben dann geht doch noch nicht mehr Das ist echt gut Das ist echt gut Sag ich doch Äh, voll Das sieht hier ein bisschen verseucht aus Das ist einfach nur hellgrün Bei mir sitzt auf dem Portrack Oh Macht doch nix Ähm, folgendes Ich brauch Kisten, ich bin leer, sonst kann ich keine Häuser angehen Besser ein Kist Ich bin voll Ich bin leer Ich bin nicht leer Wir können ja hier hinten bei der Fahne, dann haben wir eine Fahne bei uns zu Hause Fahne? Ja, hier ist eine Fahne, eine Golf-Loch-Fahne Ja, weil das hier der Golfplatz ist Wir bauen natürlich auch einen Golfplatz direkt drauf Ja, natürlich Was glaubst du denn? Weil Sind wir reich und ETPDDD Und brauchen einen Golfplatz halt bei uns zu Hause Kann auch gut damit spielen Ah, hier, hier, hier steht noch unser Hubschrauber, Leute Hubschrauber Oh ne, hier steht ein kaputter Hubschrauber und hier sind ganz viele Zombies Ja, warte mal, hatte ich nicht irgendeinen Hubschrauber kaputtgeschraubst? Nein, das ist da nicht War da noch irgendwo ein verseuchtes Gebiet oder so? Das ist hier, jetzt gehört so Ne, das ist hier, das ist weiter hinten woanders Ach so Wir hatten mal einen Hubschrauber Doch dann hat Corpy einen überschraubt Ja, ich habe... Hat er unseren Hubschrauber genommen Ja, Charlie hat's mich befohlen Hab ich gar nicht! Warum bin ich immer schuld bei sowas? Was? Keine Ahnung Mir ist keine Ahnung Woha, war eingefallen und du saß mit mir drinnen Ah Kann nicht mehr leben Ja, gut geparkt Aufhören Okay Wo ist mein Krieg? Wollen wir bleiben? Schon abgut Ja Ja, aber wahrscheinlich nicht so nah an den Ding hier dran Sonst komm ich noch nicht irgendwelche Zombies Aufm Golfplatz Äh, ich hab hier doch gerade nicht gut gemacht, oder? Ja Ich zieh keine Leichen Hä, klar, hier, da liegt sogar noch eine Direkt hier Undere Seite Also ich wäre dafür, dass wir irgendwie erstmal Kisten bauen Ja, hier ist keine Leiche Ja, hier ist keine Leiche Ja, 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 hab ich ja gesagt Guck doch auf Ich bin voll Ja, hier liegt nicht eine Leiche bei mir Hier ist auch kein Blut Du hast Hallos alleine in deiner eigenen Welt Ja Aber ich kann mein Dings ist auch weg Ich kann mein Quart nicht mehr sehen Dein Quartschild da hinten Da Ja, ich kann ihn aber nicht mehr sehen Haben sie ihn mir genommen Ha 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 Ach, da ist er jetzt Stattdessen hast du Zombies gekriegt Ha ha Ich hab ihn gefunden My love Baum fällt My love Wieder da Du hast die Segel Eigentlich will ich mein Brennauto wieder haben Aber ich hab alle zerstört Und eliminiert Und verloren Charlie hat die Säge Achso Ich hab die Säge Warte, ich werf euch die zu Wer braucht die? Jemand, der Kisten baut Kisten bauen kann Bobby Auch, aber ich hab grad keinen Platz im Inventar Darum ja die Kisten Ja, okay, gut, das ist sie nicht Gut, warte Ähm, ich werf sie hier hin Wenn ich sie wieder gefunden hab In mein Kleider Ach, verdammt So Die Gegend bleibt noch gleich Ach, hundert Hundertdrei hab ich Das ist jetzt alles anders Äh So Ähm Ich bin voll das Survival-Typ Mann Wie heißen die Kisten denn? Hier bin ich Franker Hm Wo konnte ich die bauen? Keine Ahnung Hm Ich würd's auch mit Chess versuchen Zu heißen Kisten meistens reden Wir haben Der gibt zehn Jahre Magist du wo? Oh, man kann gucken machen Ja, Chess oder ähm Jungen anderen Begriff gab's auch noch Great Hä, ich kann gar nichts bauen? Wo soll ich denn hier äh mal unsere ganzen Samen anpflanzen Jetzt hängt's grad rein Ich kann nichts bauen Hm Soll du nichts hast Kann klar, möglichst am Wasser oder so Weiß ich nicht, woher ne, das hat nichts zu tun, ne? Deine Mutter hat nichts Moment Wird's verlieren Keine Ahnung Ich hole ne Mama in Ruhe Nein Ich baue das Feld mal an So Aha Okay Na toll, jetzt regnet das auch noch Hatten wir nicht irgendwie so ein Planschbecken mal extra da drüber gesprochen, damit wir das abfangen können? Planschbecken, ich verstehe Das war nicht das richtige Wort, aber... Ich hab keine Sprit mehr, glaub ich Hatten wir nicht gegnet? Nein Bye